Willkommen auf dem Kanal. Heute steht ein besonderes Highlight an. Ein Blick hinter die Kulissen unserer Werkstatt, wo aus rohem Bernstein atemberaubende Schmuckstücke entstehen. Dieser unscheinbare Stein bringt ein unglaubliches Geheimnis. Hier wird gezeigt, wie aus ihm etwas Einzigartiges entsteht. Zunächst ein paar Worte zu Bernstein. Dieser Stein ist 40 bis 120 Millionen Jahre alt, ursprünglich Baumharz, das im Laufe der Zeit verhärtete. Heute wird gezeigt, wie dieser natürliche Schatz in edlen Schmuck verwandelt wird. Magie. Der erste Schritt. Ab diesem Moment wird die wahre Schönheit des Bernsteins enthüllt. Schritt für Schritt wird abgetragen, um die faszinierenden Muster und Farben des Bernsteins freizulegen. Jeder Stein erzählt seine eigene Geschichte und es ist immer wieder spannend zu sehen, was sich darunter verwirkt. Nachdem die rohe Kruste von dem Bernstein abgeschwiesen wurde, erscheint ein milchiger Bernstein. Die milchige Farbe entsteht durch Lufteinschlüsse. Diese Schattierung gehört zu den selteneren Bernsteinen. Sie ist sehr begehrt, vor allem im asiatischen Raum. Hier ist der Bernstein fast fertig geschwiffen. Jetzt kommt der nächste Schritt. Hier wird der Bernstein weiter geschliffen mit einer anderen Scheibe. Hier erhält man eine feinere Oberfläche und beseitigt Vertiefungen und Risse. Hier sieht man die Fingerfertigkeiten des Meister, die sich durch jahrelange Erfahrung ergeben. Und hier sieht man, wie das Ergebnis nach dem Schleifen aussieht. Und hier gehen wir zur Politur über, die mit unterschiedlichen Pasten erreicht wird. Und hier in diesem Moment ist ein Missgeschick passiert. Der Stein ist leider aus der Hand gefallen. Dieser Vorfall könnte den Stein beschädigen. Zum Glück ist der Stein heilig geblieben. Und hier ist der Stein heilig geblieben. Mit dem letzten Arbeitsschritt erhält man den Finish Glanz. Auf die weiche Scheibe wird eine spezielle Bernstein Finish Politur aufgetragen. Jetzt beginnt der Bernstein zu strahlen. Der Glanz, der dabei entsteht, ist der Lohn vieler präziser Handgriffe und jahrelanger Erfahrung. Das ist der Lohn vieler präziser Handgriffe. Und hier ist das Ergebnis. Aus einem schlichten Stein wurde ein einzigartiges Schmuckstück, das jeden Blick auf sich zieht. Was für ein Wandel! Dieses Schmuckstück ist nicht nur ein Zeichen für handwerkliches Können, sondern auch für natürliche Schönheit des Bernsteins. Jede Kreation ist einzigartig und erzählt ihre eigene Geschichte. Nun widmen wir uns dem Silber. Im ersten Schritt erstellen wir Wachsrohlinge, die später das Design des Silbers vorgeben. Diese Rohlinge werden in Gipsformen platziert und anschließend erhitzt. Der Wachs schmilzt und hinterlässt eine perfekte Hohlform für das Silber. Beim Erhitzen wird die Form mit hochwertigem Silber 925 ausgegossen. Eine Legierung, die zu 92,5% aus reinem Silber und 7,5% aus Kupfer besteht. Komplett ohne Nickelzusatz. Das Kupfer sorgt für zusätzliche Festigkeit, während die edle Optik des Silbers erhalten bleibt. Hier beginnt die Verwandlung des Wachsmusters in wertvollen Silberschmuck. Das Silber füllt die Form präzise aus und ersetzt den geschmolzenen Wachs. Jetzt haben wir den Silberrohling. Doch er ist lange nicht fertig. Jeder Rohling wird von Hand geschliffen, um die letzten Details herauszuarbeiten und die Oberfläche zu glätten. Beim Schleifen muss äußerst präzise gearbeitet werden, damit das Schmuckstück seine perfekte Form erhält. Ein einziger Fehler könnte das Ergebnis beeinträchtigen. Schleifen muss äußerst präzise gearbeitet werden, damit das Schmuckstück seine perfekte Form erhält. Zum Schluss werden die Silberrohlinge in eine Trommel gegeben, wo sie auf Hochglanz poliert werden. Dieser letzte Schritt verleiht dem Schmuck seinen unverwechselbaren Glanz und hebt die fein gearbeiteten Details hervor. Die Silberrohlinge sind nun geschliffen und poliert. Sie haben bereits ihren unverwechselbaren Glanz und ihre perfekte Form. Doch das Herzstück fehlt noch, der Bernstein. Und hier ist das fertige Produkt, von Wachsmodell zum handgefertigten Silberschmuck. Jedes Stück ist ein kleines Meisterwerk, das in allen Phasen der Entstehung höchste Präzision erfordert. Erleben Sie auf unserem Kanal noch mehr faszinierende Videos voller spannende Einblicke. Ganz gleich, ob Sie bereits tief in die Materie eintauchen oder sich auf neue Trende geben möchten. Wir bieten Ihnen inspirierende Inhalte, die genau zu Ihnen passen. Ihre Meinung ist uns dabei besonders wichtig. Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, was Ihnen gefällt und wo wir uns verbessern können. Jedes Feedback liest in unsere zukünftigen Videos ein. Bieren Sie die Glocke, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Wenn Sie in Nürnberg sind, besuchen Sie unser Bernstein Museum. Ein absolutes Muss für Liebhaber von einzigartiger Handwerkskunst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.